Sie können live dabei sein beim Dortmunder Hüttengaudi am 10. Mai im Revier Park Wischlingen. Freuen Sie sich unter anderem auf Matthias Karras. Auch in den letzten Jahren war unsere Schlagerparty ein Riesenerfolg. Diese Party dürfen Sie einfach nicht verpassen. Freuen Sie sich unter anderem auf den Partypilot Axel Fischer. Einer der erfolgreichsten Party- und Schlagersänger Deutschlands. Machen Sie mit uns Party beim Dortmunder Hüttengaudi 2010 im Revierpark Wischlingen. Weitere Informationen gibt es auch unter www.sportlive-tv.de Lassen Sie sich überraschen von Thorsten K., Deutschlandbestes Wendler-Double und Oli Oli. Freuen Sie sich auch auf die Wendt Sound's Limit. Also wir freuen uns. Kommen Sie vorbei. Seien Sie unsere Gäste am 10. Mai im Revierpark Wischlingen. Einlass 18 Uhr. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Und mich in deinen Augen sehen. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Karten gibt es auch bei allen Vorverkaufsstellen in Dortmund. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020